Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war G-Gaming, Flo wird am Start, heute ist Samstag, wir haben neuen Content draußen zu FIFA 22, außerdem werden wir ein bisschen über FIFA 23 reden, bevor wir auch rein starten, lasst ihr jetzt wieder die Liebe da, ihr wisst Bescheid, support us-kam out, da stellt ordentlich den Like-Button, nehmt euch kurz die 2 Sekunden Zeit, Interaktion extra wichtig, wird immer unterschätzt, also für den Allgruppen uns gerne mal einen Kommentar hinterlassen, einen Daumen nach oben dalassen und wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, gerne natürlich auch die Glocke aktivieren, ein Abo dalassen, so verpasst ihr nichts mehr rund um FIFA 22, aber auch FIFA 23, da gibt es heute eine brandneue Information, vorab erstmal, was ist neu in den Zielen heute, da gibt es eine neue Story und zwar Pre-Season Cup Nummer 4 ist draußen, wieder 94 Shapeshifter als Gruppenreward und dann geht es los bis zu 27 Siegen, wir sehen es wieder, also Player-Picks, die da am Start sind, unter anderem dann auch ein paar kleine feine Packs, 10 85er und 5 85er und der Gruppenreward, wie gesagt, wieder der Player-Pick 94 plus Shapeshifter, das neu in den Zielen, ja und dann haben wir den Fail von gestern mit der Alexis Sanchez Squad Building Challenge, war bei einigen schon released worden, schon gestern, er ist jetzt bei allen released worden, man kann auch jetzt auch drauf gehen und er sieht wie folgt aus, 5-Star, 4-Star, hoch geringe Arbeitsraten, gucken wir uns gleich nochmal etwas genauer an, ihr seht aber auch hier wieder, geisteskranke Stats, Tempo, Schuss, Passen, Dribbling, 93er Physis, ich meine, das ist eine 98er-Gerated-Karte, sieht geisteskrank aus, sieht sehr nice aus, über das Segment haben wir auch schon gesprochen und zwar ein 85er und ein 86er-Gerated Squad, den wir abgeben müssen, also völlig in Ordnung meiner Meinung nach, was das Rating betrifft, sollte eigentlich heute erst rauskommen, ist gestern schon released worden bei den einen oder anderen, jetzt sollte er aber auf allen Plattformen und für jeden Einzelnen verfügbar sein, Alexis Sanchez, also eher die neue Squad Building Challenge, ja und dann haben wir gestern schon über den Tod von der Queen gesprochen und über die Premier League, das sie ja jetzt zwei Wochen quasi pausiert und diesbezüglich ist heute eine SBC abgelaufen und zwar die Perisic gegen Alvarez, also Tottenham Hurtzpor gegen Manchester City, gegen die Partie, die ist einmal abgelaufen, die Showdown Squad Building Challenge und heute wurde von EA offiziell bestätigt, für die, die es nicht mitbekommen haben, Perisic und Alvarez, beide bekommen unabhängig vom Spielausgang, wenn es dann irgendwann dann wirklich wiederholen wird, bekommen zeitnah ein Plus-2-Upgrade, also sowohl Perisic bekommt eine 98er-Gerated-Karte als auch Alvarez, also sobald ihr, egal welche SBC von den beiden ihr gemacht habt, beide bekommen ein Plus-2-Upgrade, das habe ich euch hier auch nochmal kurz zusammengefasst, also da heißt es, die Premier League eben wird eben nicht Manchester City, Tottenham an diesem Wochenende eben haben und deshalb wird die Alvarez und Perisic Showdown Items jeweils ein Plus-2-Upgrade erhalten und dann heißt es weiter, es werden keine weiteren Upgrades vergeben, unabhängig vom offiziellen Ergebnis des Spiels, wenn es denn dann gespielt wird, wann das der Fall sein wird, ist ja absolut noch nicht klar und die Upgrades werden eben kurz nach dem Spiel, also nachdem das eigentlich hätte Austragen bereit, also nachdem das eigentlich gespielt worden wäre, werden die dann eben bereitgestellt, also relativ zeitnah wird das also hoffentlich dann passieren, werden wir abwarten, wenn ihr die also gemacht habt, Perisic oder Alvarez, könnt ihr euch auf jeden Fall jetzt schon mal hinter die Ohren schreiben, wir bekommen auf jeden Fall ein Plus-2-Upgrade, also das kurz zu der Showdown-SBCs zum Upgrade, wie der aktuelle Stand ist und dann eben Sanchez, der jetzt offiziell auf allen Plattformen verfügbar ist, hier nochmal kurz zur Übersicht, also wie gesagt, sonst heute nichts Neues rausgekommen, letzte Woche, Samstag kam ja Mané als Moments-Karte raus und die 82-Player-Picks sind wieder refreshed worden, das kam ja alles schon raus und Alexis Sanchez können wir uns jetzt nochmal etwas genauer anschauen, haben wir gestern ja schon teilweise gemacht, also eher mit 5 Stern, 4 Stern, er hatte schon die 89er-grade Karte eben mit 4 Stern, 3 Stern, da haben wir schon das Upgrade und wenn wir uns das Ganze jetzt hier von dem Boost anschauen, ich meine 89er auf 98er, selbst erklärt, dass der Boost dementsprechend ist, plus 12 auf Ausdauer, die Dribbling vor allen Dingen plus 10 auf Composure, was wichtig ist, die Ruhe, der Ruhe-Stat, Tempo hat er bekommen, Schuss ordentlich und passt, jeweils plus 8, also dementsprechend seht ihr selber, Top-Stats, eine Top-Karte, was soll man auch anderes erwarten? Also gehen wir gerne nochmal drauf und ihr seht es dann hier, 97er Mittelstürmer, also 99er ZOM mit Basic, eine geisteskranke Karte. Ja Freunde und dann geht es weiter, offiziell jetzt bestätigt von EA und zwar die FIFA 23 Icons, das Ganze, gestern habt ihr das vielleicht mitbekommen, vor 20 Stunden einmal released, Prime Gaming hat das Ganze gepostet und zwar, hol dir jetzt dein Prime Gaming Pack, das Witzige ist, wenn man hier auf den Link geht, man kann es sich noch nicht einmal holen, man kann das Ganze nicht claimen, also aktuell Prime Gaming Pack, das letzte, was jetzt im November rauskommen sollte zur Pre-Season, leider nicht verfügbar, man kann es sich nicht abholen, also da ist mal wieder ein Fail am Start, aber das wollen wir jetzt gar nicht großartig thematisieren, sonst hätte ich gestern, Schrägstrich heute natürlich mit euch das Prime Gaming Pack oder einige davon sehr, sehr gerne getestet. Aber man kann es sich nicht holen, insofern können wir das links liegen lassen. Was wir aber nicht links liegen lassen wollen und das ist jetzt relativ frisch reingekommen, vor zwei Stunden ging das los mit der Veröffentlichung der offiziellen Icons und ihr könnt das jetzt hier sehen, wenn ich das glaube ich so aufmache, die 89er Müller-Karte mit 89 Pages, mit 90 Schuss und vor allen Dingen die High-Rated-Karte, 94er-Stürmer-Karte, Gerd Müller da am Start, weiß ich jetzt nicht, gerade auf Pass und Füße, ich meine klar, er ist jetzt nicht der Größte gewesen, wie seht ihr das Ganze? Also Müller auf jeden Fall jetzt da draußen, die Ikone schlechthin, wie findet ihr die drei Versionen? Findet ihr es repräsentativ oder sagt ihr, nee, nee, also da haben sie auf jeden Fall die Karte schlecht gemacht, wie seht ihr das Ganze? Dann geht es weiter mit, jawohl, ihn kennen wir auch alle aus der Bundesliga, unter anderem Xavi Alonso, er ist auch draußen, wisst ihr schon einiges, aber das sind jetzt wirklich die offiziellen Karten-Stats, offiziell heute von FIFA bestätigt, FIFA 23-Icon, Xavi Alonso, diese drei Versionen, ich muss da gerade großartig nicht viel zu sagen, er hat da nicht viel Pace, was ein bisschen schlecht ist, aber sonst, ja, seht ihr selber, wie die Stats aussehen und dann geht es weiter mit dem Brasilianern, Jarsinho ist einmal draußen, 92er, seine High-Rated 88er, was ist das bitte für ein geiles Spielerbild, ja, und auch hier, sehr, sehr geil, endlich was Neues, was Refreshendes und das auf jeden Fall die offiziellen Bestätigung in Bezug auf FIFA 23-Icons, Friends, also, da bekommen wir auf jeden Fall Lust auf mehr, wie seht ihr das Ganze, ich bin sehr gespannt auf eure Meinung in Bezug auf FIFA 23-Icons und, ja, diesbezüglich ist das tatsächlich heute gewesen, ich hätte euch gerne mehr geboten, es ist aber tatsächlich alles gewesen, Sanchez, der, wie gesagt, schon eigentlich gestern kam und, ja, in diesem Sinne wisst ihr Bescheid jetzt mit der Showdown Squad Building Challenge, wisst ihr Bescheid mit den Icons, Sanchez, SPC, und dann schauen wir mal, was morgen kommt zur Pre-Season-Promo in FIFA 22, falls ihr noch weitere Video-Ideen habt in Bezug auf die nächsten paar Wochen, bevor es dann losgeht mit FIFA 23 oder vielleicht auch schon FIFA-Ideen, Video-Ideen für FIFA 23 habt, schreibt mir das gerne rein in die Kommentare, wir sehen uns morgen euch in einem entspannten Abend und in diesem Sinne, haut da rein, wir sehen uns dann morgen im neuen Video, euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute!